Andreas Merkley ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere In der Jugend spielte er beim TSV Bissingen. Über den Heidenheimer SB kam er 1981 zu den in der 2. Bundesligaspielenden Stuttgarter Kickers, für die er in 5 Jahren 141 Zweitligaspiele bestritt und dabei 43 Tore schoss. Im Sommer 1986 wechselte er zum VfB Stuttgart. Dort spielte er 41 Mal in der Bundesliga und erzielte 8 Treffer. Zum Abschluss seiner Karriere wechselte er zum Hamburger SV. Von 1988 bis 1990 kam er auf 33 Bundesligaspiele und 2 Tore. In der Saison 1991-92 wurde er noch 15 Mal bei den Amateuren des HSV in der Oberliga Nord eingesetzt.